Von den Bedingungen her ist es jetzt hier in Dubai in der Form etwas angenehmer für die Spieler dadurch, dass es etwas abgekühlt ist an diesem Nachmittag. Aber die SGE hier jetzt vor allem in diesem Spiel gefordert sich oft auf engem Raum auch durchzusetzen. Aronson mit der guten Aktion. Und auch ihm hat natürlich dann die Zeit in der Youth League gut getan. Da fünfmal gespielt, einmal getroffen an beiden Frankfurter Toren in diesem Spiel. Und jetzt Aronson. Ja, probiert es mal!